Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Mein Name ist Susanne und in diesem Video erzähle ich dir die ganze Wahrheit über Linux. Bevor du entscheidest, ob du es kaufen möchtest, funktioniert Linux wirklich so, wie es in all den anderen Videos behauptet wird? In dieser ehrlichen Rezension habe ich auch zwei sehr wichtige Hinweise für dich. Also pass gut auf, was ich dir zu sagen habe. Der erste Punkt, den du über Linux, dieses Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme, wissen musst, ist, sei vorsichtig, wo du es kaufst. Linux wird ausschließlich auf der offiziellen Website verkauft. Um dir das Leben leichter zu machen, habe ich den Link zur offiziellen Website unten in der Videobeschreibung und in den Kommentaren hinterlassen. Es ist wirklich wichtig, Gewicht auf verantwortungsvolle Weise zu verlieren und genau deshalb möchte ich meine Erfahrungen mit dir teilen, damit du keine Fehler machst. Was ist Linux überhaupt und funktioniert ist tatsächlich. Linux ist eine bahnbrechende, rein natürliche Ergänzung zur Gewichtsabnahme. Es wurde von Experten entwickelt und ist die perfekte Lösung für alle, die bisher immer wieder daran gescheitert sind, ihr Wunschgewicht zu erreichen. Linux beschleunigt deinen Stoffwechsel, zügelt deinen Appetit und regt die Fettverbrennung rund um die Uhr an. Ganz ohne strenge Diäten oder anstrengende Workouts. Das Ergebnis, du verlierst Gewicht, fühlst dich besser in deiner Haut und kannst wieder Kleidung tragen, die dir vorher nicht mehr gepasst hat. Dein Selbstwertgefühl steigt, dein Partner wird dich bewundernd ansehen und alle um dich herum werden bemerken, wie schlank und strahlend du aussiehst. Du wirst auch positive Veränderungen in deiner Stimmung und deinem Energielevel spüren. Mehr Energie bedeutet, dass du mit deinen Kindern spielen oder bei der Arbeit besser abschneiden kannst. Wenn das Fett an Bauch, Rücken, Oberschenkeln, Armen und sogar im Gesicht schmilzt, fühlst du dich jünger, selbstbewusster und leichter. Es gibt viele Mittel zur Gewichtsabnahme auf dem Markt, aber viele davon sind reine Abzocke. Um wirklich Gewicht zu verlieren, musst du die eigentliche Ursache der Fettleibigkeit bekämpfen und genau dafür wurde Lennox entwickelt. Ja, du kannst diesem Produkt vertrauen. Viele Menschen haben mit Lennox großartige Ergebnisse erzielt und auch du kannst dazu gehören. Aber denk daran, jeder Körper reagiert anders. Das mag offensichtlich klingen, aber ich erwähne es, damit du realistische Erwartungen an deine Behandlung hast. Lennox ist ein hervorragender Appetitzügler, der den Stoffwechsel unterstützt und gleichzeitig Krankheiten wie Diabetes, Herzproblemen und Übergewicht vorbeugt. Ein wichtiger Punkt, Lennox kommt mit einer Garantie. Die Hersteller stehen so sehr hinter ihrem Produkt, dass sie auf der offiziellen Website für jede Frage oder sogar für eine Rückerstattung erreichbar sind. Du kannst sicher sein, dass du entweder Ergebnisse sehen wirst oder dein Geld zurückbekommst, sobald du den Support kontaktierst. Damit Lennox richtig wirkt, ist es jedoch wichtig, dass du die Behandlung ernst nimmst. Halte dich an die empfohlene Dosis, denn zu viel kann sich negativ auf dein Wohlbefinden auswirken. Und keine Sorge, Lennox ist vollkommen natürlich und hat keine Nebenwirkungen. Aber beeil dich. Tausende Menschen weltweit entdecken gerade, wie effektiv Lennox ist und viele bestellen direkt mehrere Einheiten. Da Lennox nur in begrenzter Stückzahl pro Jahr hergestellt wird, kann die Nachfrage das Angebot leicht übersteigen. Wenn du es ausprobieren möchtest, solltest du also schnell handeln, bevor es ausverkauft ist. Und vergiss nicht, das Originalprodukt gibt es ausschließlich auf der offiziellen Website. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung.